Ja, wir haben hier eine Tandemparade und zwar geht es um Kulturtandem, sozusagen die kleine Schwester von Kultur Potsdam. Und wir machen das zusammen mit unseren Freunden von anderen Tandemprojekten, die von uns auch kostenlose Kulturkarten bekommen für ihre Tandems, wie Start with a Friend oder Flüchtlingshilfe Babelsberg. Und ja, wir haben Spaß zusammen hier bei der Tandemparade und wir wollen auch gucken, ob wir ein paar neue Teilnehmer für Kulturtandem bekommen. Kulturtandem bringt neue und alte Potsdamerinnen bei der Kultur zusammen. Also es gibt kostenlose Kulturkarten, jeder kann mitmachen, man trifft sich an der Kasse, ist so eine Art Blind Date. Wir tragen unseren Tandembutton und dann geht man gemeinsam ins Kino, Theater, Museum, hat Spaß zusammen und manchmal ergeben sich Freundschaften daraus oder man hat einfach einen schönen Abend zusammen. Die Botschaft unserer Parade hier ist neben einem gewissen Werbeeffekt auch, dass wir einfach die kulturelle Vielfalt in Potsdam zeigen wollen, dass wir hier sagen, wir gehören alle zusammen, wir machen was Schönes zusammen und ja, wir sind alle Potsdamer und Potsdamerinnen. Also wer sich bei Kultur Potsdam anmeldet und ein geringes Einkommen hat, als Einzelperson weniger als 940 Euro, der bekommt die Karten völlig umsonst. Wir haben nur kostenlose Kulturkarten für Menschen mit geringem Einkommen und bei Kulturtandem lädt eben dieser Mensch, dieser Gast noch einen anderen ein, denn jeder darf auch bei Kultur noch jemanden mitnehmen zur Kultur und das Einkommen von dieser Person spielt dann keine Rolle. Ja, wer Gast bei Kultur Potsdam werden will, muss einen Nachweis erbringen, kann aber auch, wenn er zum Beispiel beim Jobcenter gemeldet ist, sich dort einfach einen Stempel abholen, auch beim Sozialamt und ansonsten brauchen wir einen Nachweis des Einkommens. Bei Kulturtandem kann jeder mitmachen, vollkommen unabhängig vom Einkommen. Man findet uns am leichtesten im Internet unter www.kultur-potsdam.de, da ist auch das Projekt Kulturtandem mit angedockt, da findet man uns auch und auch bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram sind wir überall vertreten. Vielen Dank.